hallöchen und herzlich willkommen hier bei prison architect und zwar in der zweiten staffel diese staffel wird auch wieder 20 folgen haben so wie die erste staffel und dann ja dann mal sehen so das hier was ihr hier seht ist interessanterweise noch das gefängnis der ersten staffel denn wir spielen inzwischen in der version alpha 14 glaube ich und die version hat eine ganz tolle funktion die es mir ermöglicht neu anzufangen ohne das was ich hier bisher so geschafft habe komplett zu verlieren nämlich indem ich dieses gefängnis hier verkaufe ja hier müssten eigentlich penalties penalties sein aber da sind keine keine ahnung warum hier keine sind es wohl irgendwie mit der alt mit der versionsänderung oder so gekommen jedenfalls haben wir 210.000 und ich verkaufe jetzt das ganze das ganze gedöhnen hier plupp und jetzt starten wir ein neues kleines gefängnis mit neuem geld 210.000 da lässt sich einiges machen das ist glaube ich mehr als man normalerweise hat hoffe ich doch ich meine ich habe hier schon einiges reingesteckt so und hier muss ich jetzt erstmal pause machen denn wir dürften hier jetzt auch wieder diese ganzen contracts also diese ganzen aufträge hier annehmen können ja großartig so das haben wir schon den hatten wir schon beim letzten mal so jetzt hätte ich mir vielleicht schon mal gedanken machen sollen wie denn das gefängnis aussehen kann und will erst mal was ausprobieren wie teuer ist das hier so eine wand zu bauen 12.000 puh ham 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 das könnte ich aber machen ne mach ich so ist gebongt bis hierhin so das ist nämlich auch eine neue sache die es vorher noch nicht gab das ist die perimeter die perimeter wall die hat eine besonderheit und zwar ähm ist es ja so dass seit dem update vor diesem hier die gefangenen tunnel graben konnten durch wänden durch durch diese wand äh diese wand nimmt zwar nur diesen mittleren block ein aber die gefangenen müssen sich auch hier und hier durchgraben als müssten sie sich durch eine wand durchgraben das dauert also deutlich länger ja ja plupp und plupp plupp so damit haben wir auf jeden fall das sieht auch schon mal mehr nach gefängnis aus und dadurch werden wir ja auch jede menge kohlen ach ich sehe schon kommen ich bin ja nachher fertig mit dem bauen und dann ähm oh ich muss mal ganz kurz die stoppo starten übrigens auf jeden fall sehe ich schon kommen wie ich nachher fertig bin mit dem bauen äh also noch nicht fertig bin aber ganz viel gebaut habe und dann äh habe ich plötzlich kein geld mehr da um noch wichtige dinge wie duschen oder so einzubauen man muss glaube ich trotzdem bescheiden sein auch mit den 250.000 auf dem konto so wussten die stopp oder so so ähm ja hier kriegen wir natürlich ne ähm einen eingang rein ne denn so muss das ja sein und jetzt ist die frage wie geht das hier weiter ich glaube ich glaube ich werde das so machen dass kantine und so dinge zu denen jeder gefangene muss also auch arbeitsräume in einem großen haus sozusagen in der mitte sind damit die da von allen seiten gut rankommen und die zellen sind hier quasi außenrum verteilt so das versuche ich mal ich werde hier unten diesen bereich für die mitarbeiter reservieren da brauchen wir büros ich rechne mal so mit ein paar büros ähm ich lasse erstmal die wand da bauen die außenwand komm fangt schon mal an zu bauen ruhig fangt an los ach komm was soll's was soll's so hier kommt das jetzt hin 10 meter mal 10 mal 20 meter oder machen wir das in die richtung 10 mal 20 ha aber 15 mal 20 haben wir genug platz für die wichtigen dinge im leben so dann kommt hier vorne direkt daneben hätte ich ganz gern warte mal hier ist ja der eingang oder ja hier ist der eingang das heißt ich hätte ganz gerne hier so einen besucherraum 5 mal 10 5 mal 15 besucherraum ja ok gut ja das sind halt so die wichtigen dinge die man zwischendurch immer braucht ne wisst ihr ja schon warte mal das mach ich nochmal weg so hier mach ich den besucherraum 15 mal 15 so so viel zu meiner bescheidenheit die ich gerade so angekündigt hatte so das heißt ich mach hier direkt das auch schön hier geht ein gang her so das ist nämlich der das zentrum sozusagen unseres gefängnisses und dann will ich nämlich auch mal gucken wie ich denn die gebäude hier so bauen muss damit ich da vernünftige zellen habe also hier lasse ich immer zwei frei so und dann habe ich wand warte mal ich kann ja planen klub wand hallo ja muss ich mir merken also hier ist eine wand klub da ist eine wand so die kennen wir ja schon dann sind da zwei felder frei und dann ist hier eine wand irgendwie in dieser art hier sind zwei felder frei wand zwei felder frei wand bis hierhin geht diese außen wand also die geht bis hierhin natürlich so so das heißt hier ist eine wand und dann hätte ich gerne die zellen wieder so drei mal zwei das reicht ja völlig aus und ähm einen zweiergang und hier auch drei mal zwei so so hätte ich gerne die zellen jau äh okay das heißt ich muss hier das gebäude irgendwie in dieser größenordnung bauen ne mhm hm 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 das sind also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf zwölf zwölf meter in der breite und die länge hm habe ich ja immer eins zwei drei pro zelle eins zwei drei pro zelle ach nee die länge mache ich jetzt einfach erstmal so nach gefühl glaube ich oder ich mache das so dass es hier auch mit der wand passt hier ist ja auch noch eine wand nämlich hier neben diesem baum da na so plopp plopp so das heißt eins zwei drei felder frei und dann muss das hier auch zwölf meter breit sein genau das muss zwölf meter breit sein bis hier dran quasi so ja das sind ja so eigentlich schon die dimensionen die ich gerne hätte für mein gefängnis ne ich lasse mal ein bisschen langsamer laufen damit die hier noch vernünftig bauen können nicht dass wann kommen die nächsten gefangenen eigentlich wann kommen die ersten gefangenen 13 stunden das muss ich eventuell nochmal aussetzen naja kriegen wir schon hin so also so sieht das aus dann kommen da ja auch noch duschen und so rein also das ist auf jeden fall erstmal der grundriss so dann kommen da duschen rein mache ich das denn müsste eigentlich hier eine dusche rein machen da eine dusche da eine dusche und da eine dusche also eins und vier duschen eben sollte ich das vielleicht auch hier so machen dann ist das schön symmetrisch dann kann ich hier noch gedöns bauen ja ich mache ich mache das so mache ich das vorbei natürlich die wand natürlich ein weiter hierhin kommt und hier haben wir ja schon eine wand nämlich die hier so so sieht das aus ja so dann brauchen wir ach genau wir brauchen auch noch eine holding cell hm hampa pata 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 warte mal das heißt hier wird hier entsteht oder warte mal hier ich bin ich bin so unentschlossen ja hier kann ich auf jeden fall ein gebäude entstehen lassen machen wir mal schön 25 mal 25 plopp so das ist mir irgendwie das sieht nicht aus es muss auch schön aussehen ich weiß nicht manchmal da bin ich so ein bisschen dann auch neurotiker also warte mal ich könnte ja hier zum beispiel könnte ich die ganzen anlieferungen und so machen das heißt ich könnte direkt daneben also quasi hier die kantine bauen kantine und dann kommt die küche hier oben dran dann holen sich die leute das direkt aus dem lager weil das habe ich festgestellt ist immer ein bisschen problematisch wenn die küche nicht schnell an das essen kommen an die lieferdönse dann funktioniert das nicht so gut das heißt wir machen hier eine kantine und dann brauchen wir noch haben wir hier quasi noch einen kleinen garten hier so und hier oben entstehen wird ein workshop entstehen warte mal wenn ich das so baue das hier 6 meter das passt nicht das ist wohin die doch das passt 1,2 weg 1,2 na guck mal dann kann ich das hier auch schon mal so bauen wie ich das gerne hätte so das heißt hier entsteht eine tür und da entsteht eine tür und dann entsteht die tür hier so und dann haben wir hier nämlich den garten da haben wir die kantine hier oben entsteht noch küche und so ein gedöns und das hier wird der zellentrakt und ich muss glaube ich die das gefängnis erst noch dicht machen weil ich nicht rechtzeitig fertig werde ich meine hier brauchen ja sogar die noch eine weile mit ihrer mauer außenrum und hier fehlen ja auch noch eingänge so jetzt aber erstmal hallo danke so warte mal hier sollen doch auch ich baue die eingänge hier direkt mal rein nicht dass ich hier nachher wieder irgendwie die Mauern abreißen muss und so aber das fände ich doof sowas stört mich immer ein bisschen und zwar ist hier natürlich nur der der Stuff und hier zunächst mal auch da kann ich ja nachher nochmal gucken wie ich das denn genau mache ähm so dann brauchen wir hier ein schönes hier ein schönes Fundament und ach komm was soll's muss ich da halt gleich die Wand per Hand reinbauen genauso wie hier so und dann ja so so hätte ich das gerne so oh ja hier ist jede Menge zu bauen mach ich hier glaube ich komplett so ja doch so dann baut mal fleißig ich will fleißige Handwerker sehen plopp ja jetzt müssen wir im Grunde genommen erstmal warten obwohl ich kann eigentlich schon mal hier die äh Baumaßnahmen hier zu Ende denken also das heißt wir brauchen eine große Gefängnistür hier und hier und ähm hier und da hab ich die jetzt richtig gesetzt das sah ein bisschen merkwürdig aus weil das gerade aus irgendeinem Grund ja da muss die hin und dahin so so dann kommen sie hier rein haben hier schön ihren Zweiergang das heißt ich kann hier schon mal die Wände reinziehen Brickwall ach ich kann hier gar nicht ich darf hier gar nicht bauen die müssen das erstmal hier fertig haben Mist dann kann ich hier gar nicht planen na gut aber ich kann hier schon mal den Garten einzäunen lolololo ähm fans so dann kommt man hier von diesen beiden Stellen aus da rein klöp klöp so und dann kommen da nämlich auch wieder die großen Gefängnistüren rein oder passt das gar nicht mit den Zäunen dass die Leute hier dann obwohl nee kommen keine Gefängnistüren rein nee da kommen keine rein haha ich mach ein offenes Gefängnis also so offen es halt geht ne ich könnte hier noch eine Wand reinziehen damit die hier nicht rauslaufen können ähm ja dann entsteht hier ein Hundezwinger den braucht man nämlich auch jetzt in dieser Version also man braucht kein Hundezwinger aber äh ihr erinnert euch vielleicht an die letzten Folgen der letzten Staffel da war es halt nur so dass die Gefangenen regelmäßig halt ihre Tunnel hier gegraben haben und äh die konnte man nicht so gut aufspüren beziehungsweise man konnte die Tunnel selber gar nicht aufspüren außer man hat die Zellen gerade untersucht und es ist halt so dass die Hunde jetzt eingeführt wurden die das hier absuchen und einerseits natürlich die Gefangenen auf Drogen Medikamente und so weiter untersuchen also auf Schmuggelware und ähm auch das mitkriegen wenn irgendwo gegraben wird wenn da irgendwo Tunnel sind und so dann zeigen die einem das auch ja ja so warum hab ich denn was wo arbeiten denn die Leute hier ja das ist eine relativ große Baustelle ne muss jetzt hier echt mal ein bisschen vorangehen und da wird auch noch ziemlich viel angeliefert dummerweise äh verteilt sich das hier ein wenig weil wir noch kein vernünftiges Lager haben na gut aber was willst du machen ich glaub ich baue hier noch eine zweite Wand rein dann können nämlich auch zum Beispiel die Arbeiter äh die müssen dann nämlich immer hier rum gehen sondern die können eben auch zum Beispiel hier vorne rumlaufen und dann da äh Sachen ins Lager bringen oder so je nachdem wie es gerade passt sehr gut hier kann ich schon mal anfangen zu bauen aber das werden wir wohl erst in der nächsten Folge tun ich sag mal ähm auf Wiedersehen und bis bald tschüss wird immer noch ein paar 東 und bis bald use ungs